Und damit auch ein neuestner Neuvergänger von Let's Back Engine Impact. Im letzten Part haben wir hier schon begonnen, die Omero zu erkunden, nämlich hier dieses Gebiet. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in den Norden. Einfach mal machen, keine Ahnung. Ähm, da. Es ist zwar schon spät, obwohl ich nicht so echt vorabstehne, aber ich hab Bock, 3.0-Version. Ich wünsche ihn jetzt raus, hustlen eigentlich, dass das wieder auf aktuellen Stand kommt. Und wir werden ungefähr, weiß ich nicht, 3 Wochen hintendran sein, denn... Aber es kommt und für die Leute, die Genschen mögen, ich hoffe, ihr appreciated das. Und ihr könnt das auch in die Kommentare schreiben und ein Abo da lassen, Daumen hoch, immer Kritik und so. So, bin ich gerne offen. Also, let's go. Sieht man jetzt hier auch die Dentro-Ding-Sie? Das dauert ein bisschen bestimmter Charakter, wodurch man hier sehen soll. Oder... Oder da nichts im Kopf... Ah, da sind... Ah, da sind... Lamp-Pilz... Irgendwann, was ist das? Wurde auch schon von geredet. Aber was ist das? Eine Rose... Ich hab gedacht, da oben ja bist drauf. Schade. Leute... Schade... Und man- Schade. Und das... ... Ich bin froh, dass ich mit ihr kämpfe. Ich bin froh, dass ich mit ihr kämpfe. Ich bin froh, dass ich mit ihr kämpfe. Ich habe ein Dendro-Dent. Lass mich doch! Ich hab' ja so eine Dendro aus... Offens steht ja diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. wir haben uns übrigens das Mädchen noch gar nicht angeguckt, weil sie den Troakon verweiblich gar nicht so alt aus ich hab noch keine Neun aber hier ist doch einer was ist das denn? was ist das denn? was ist das denn? was ist das denn? da oben drauf ich hab' gemacht ja doch nein, schuss was ist das denn? was ist da oben? ja, ist das denn? hier? sieht doch schon sehr danach aus, als ob ich da oben drauf was sagen? wo? da, geh mal hoch ja, wenn ich ohne die Sonne krasse ausdauere ja, wenn ich ohne die Sonne krasse ausdauere oh Gott gucken wir mal, ob da oben wirklich was ist hm hey ich kann ihn um Stunden handeln ah, wir kommen ja gleich zum anderen Teleporter in zum anderen jetzt sind es auch mal die geile Landschafte ja, ich weiß das das sind so viele Eindrücke und so sagen, das gefällt mir mehr als Nasuma ah, halt, diese Elektro-Kram und die sind immer ja, vielleicht gibt's ja auch für sich die Info-Sachen, die nerven werden ja, lass mich tschüss jetzt gleich machen wir das Bild gleich muss mehr eins drücken wie funktioniert das? jetzt so, ich muss da runter ja, aber der ist näher dran näher dran ja, ne, bitte äh, lass uns nicht ich bin heute bereit ja, ne, bitte äh, lass uns nicht ich bin heute bereit ja, ne, bitte warum wird das jetzt nebelig das ist das für ein Wetter das finde ich nicht okay lass mich nur örtlich wo ich bin freundlich so, was haben wir noch so, was haben wir noch boah, in welche Richtung gehen wir jetzt? ich glaub von hier aus wär das am simpelsten kann man von da aus auch diesen Tempel da versuchen äh gehen ich glaub jetzt aktivieren wir jetzt oh, was geht hin? was geht hin? was ist du? Tritianasam was ich dich den trogranum oh ist das den trogranum das ist der trogranum der trogranum der trogranum der trogranum der trogranum der trogranum ich mach immer wieder das falsche ne ich hab doch L1 gebraucht ja ich hab doch L1 gebraucht ne das Was haben wir hier noch? Da waren noch eine Seiten. Mit heftigen Schlägen oder gezielten Schüssen für das Dendro genommen. Das sieht aus. Ja, komm mal easy. Nein, lass mich. Will nicht campen. Voll elastische Pilze. Ja. Ey, da würde ich vielleicht nicht draufhören. Das ist so süß. Das ist so süß. Das ist so süß. Pilsen. Wenn aus der Meer. Meine Böhme ist auch kein Schaden. Das ist cool... Die machen doch Spaß. Okay, bitte... Boah, ich bin echt schwierig bei Pilzen. Ja, so ein Geldverschnitzung mit Pilzsoßen, ja, aber dann ist es bei mir eigentlich schon. So, ich bin auch nicht. Äh, ich möchte weiter ausprobieren, auf die Verlegenheit würde mich mal interessieren, aber die nicht so, dass ich hier fest habe, aber auch immer. Ich bin damit. So, kann ich dich, äh, jetzt habe ich dich getroffen. Was passiert jetzt? Das verstehe ich nicht. Gut, da ist noch so eins. Ach, ich muss die eine treffen, oder was? Ob es davon immer mehr gibt? Oh, sie ändert jetzt schon krass an Ember, oder was? Oh, ich weiß gar nicht, was ich soll. Wie ist das Ding? Ich habe keinen Plan. Oh, wie leuchtet es jetzt so? Aber die anderen nicht. Ich habe eine Folge. Habt das doch getroffen? Hattest du doch getroffen? Genau, jetzt werde ich hier gucken. Was ist hier? Ja, gibt nichts Krasses an. Vor allem geht's doch auf das Ding. Ja, geht wirklich, ich will euch nicht so gut. Ja, ich kann einfach nur ernst drücken. Ja, aber ich kann wirklich drücken, dass man den jetzt auf einmal nicht betreten kann, weil der Übel für den Markt kommen muss oder so. Das ist doch immer so. Äh, okay, das weiß ich doch nicht. Ach nee. Geh mich bitte einfach hier. Ach, danke. Alles klar. Aber ich will jetzt jetzt was machen. Okay, das ist auch einer. Aber gehört ja jetzt zum Richtig-Göte. Ich bin mal ein bisschen davon. Da kann was sein, dass ich das schon mal gesucht habe. Damals noch, wo das Beat ja noch gar nicht existent war. Aber ich versuche einfach mal mein Glück. Let's try it. Ja, natürlich. Halt es auf. Okay. Ich kann doch nicht so mehr, aber schon. Bitte weiß. Green Drache. Und ich würde es gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Aber ich sollte ja lieber abhauen. Äh. Wollen wir hier? Ah. Das ist doch direkt hier drauf. So. Ich würde es mal gucken, ob er ist hoch. Er ist hoch und durch. Wo wäre es bis zu? War das wieder Desaster-Udee? Ja. Das brauche ich nicht mal. Aber ist gut. Ich glaube, es wird noch Fragen geben, wo ich mehr überdenke. äh ja haben wir noch so was auch ist einfach gar nichts in diesem ganzen gebiet ein port hat zwei porter drei porter und in tempel dann gehen dahin nutzt ich weiß nicht ob da ist hoch genug wenn ich nicht man sieht ja nicht die über meeres egal die 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 Schöne Realt. Oh Gott. Da vorn ist... Ah, lass mich doch. Wie ist das? Darf ich das nicht? L2 Schöne Realt. Oh. Das klingt doch egal. Hä? Was hab ich denn jetzt ab hier bekommen? Was ist das? 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 Das ist so schön, dass wir da sind. Das ist mega cool. Ja, und wenn wir ja... ...wenn wir auch schon mal mit dem... ...dass wir die Weitermachen. Ich hab ja gesehen, das ist auch immer gut, wenn es in den dritten... ...was echt... äh... Weil da wollen wir ja auch noch eine Lösung haben, die erste... ...glaub ich noch nicht, weil... ...dass jetzt... ...ja, das wird noch nicht... ...ich will ja nicht kämpfen, aber ich wollte ja noch mal... ...das hier... ...wenn ich noch mal so mitnehmen... Oh, shit... Oh, shit... Jetzt sind... ...wenn wir langsam die Antwort machen. Ich hoffe, euch hat das apart gefallen. In der nächsten Folge geht's hier weiter mit dem Erkunden. Hier noch so ein paar Antworten... ...hier... ...hier... ...erkunden... ...eine, wir brauchen noch elf... ...hier... 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 Tschüss.